So, moin moin meine lieben Zuhörer und Zuschauer des Kanals Joggler66 von YouTube, Hour of the Truths. Hier gibt es jetzt den zweiten Teil des vierten Kapitels, die Lehre, Wiedergeburt durch die Taufe, dass wir die Taufe eben mal abschließen können. Letztes Mal hatte ich ja nach einer knappen Stunde abgeschlossen, das war halt noch ein paar Seiten länger und deswegen habe ich mich entschlossen, das in zwei Teile aufzuteilen. Hierzu jetzt also dann der nächste Teil über die Wiedergeburt durch die Taufe in Alexander Hislops von Babylon nach Rom im vierten Kapitel, der erste Abschnitt und wir fahren fort im ersten Paragrafen auf Seite 127, wenn ihr mitlesen wollt. Wenn daher Bacchus mit mystischen Fächern dargestellt wurde, dann wollte dies besagen, dass er der Mächtige war, bei dem der Rest des Geistes war. Daher kam die Vorstellung von der Seelenreinigung durch den Wind. Dementsprechend beschreibt Vergil, den kennen wir ja schon, Vergils Einit, wie die Befleckung und Beschmutzung der Sünde entfernt wird. Zitat So wurden die Priester Jupiters, der ursprünglich nur eine andere Form von Bacchus war, wie wir in Abbildung 35, die Miss Q hier freundlicherweise in die Lesung einblendet sehen werden, Flammen genannt, das heißt, die den Heiligen Geist atmen oder verleihen, indem sie ihre Anhänger anhauchen. Nun, hier gibt es noch ein weiteres, eine kleinere weitere Bemerkung von mir dazu. Wenn ihr euch das Bild anseht, was ihr jetzt im Video seht, dann werdet ihr, wenn ihr gut hinseht, bemerken, dass Bacchus hier mit weiblichen Brüsten auch dargestellt wird. Nun, der Leser wird sich erinnern, dass Jupiter als Jupiter Puer, wie wir vorher schon gelesen hatten, beziehungsweise Jupiter der Knabe, in den Armen der Götten Fortuna angebetet wurde, genau wie Ninos in den Armen der babylonischen Götten oder Horos in den Armen der Isis. Überdies wird Cupido, der als Sohn Jupiters Vejovis heißt, das bedeutet junger Jupiter, wie wir von Ovid erfahren, wie in obigem Bild nicht nur mit dem Weinbecher des Bacchus dargestellt, sondern auch mit dem ihn umgebenden Efeukranz, dem Kennzeichen derselben Gottheit, wie wir vorher schon in diesem Buch gelesen hatten. In den Mysterien war nun der Speichel einfach ein anderes Symbol für eben dies. In Ägypten, durch das das babylonische System ins westliche Europa gelangte, Das ist doch mal interessant, wie das hier schön geschrieben steht, in Ägypten, durch das das babylonische System ins westliche Europa gelangte. Man sollte sich daran erinnern, dass es erst Babylon und dann Ägypten gab. Und Ägypten war mehr oder weniger das Tor in das Europa, nach Griechenland hinein und nach Rom hinein. Also, in Ägypten, durch das das babylonische System ins westliche Europa gelangte, war der Name des reinen oder reinigenden Geistes Rekh. Aber Rekh bedeutet auch Speichel. Wenn man also gemäß dem mystischen System Nase und Ohren der Eingeweihten mit Speichel salbte, betrachtete man dies als Salbung der Eingeweihten mit dem reinigenden Geist. Dass Rom mit der Einführung des Speichels in Wirklichkeit ein kaldäisches Ritual kopierte, bei dem der Speichel das Sinnbild für den Geist war, geht offen aus dem Bericht über den Grund der Salbung der Ohren hervor, der in ihren eigenen anerkannten Taufformelbüchern zu lesen ist. Bischof Hay sagt, Der Grund für das Salben der Ohren mit Speichel sei der, Zitat, Klingt für mich ziemlich unbiblisch. Was aber mag mancher fragen, hat der Speichel mit dem lieblichen Geruch zu tun. Das Wort Rekh, das den Heiligen Geist bezeichnete und sichtbar durch den Speichel dargestellt wurde, war aufs Innerste mit Rikh verbunden, das wohlriechender Duft oder lieblicher Geruch bedeutet. Die Kenntnis der Mysterien verleiht auf diese Weise dem geheimen Ausspruch Sinn und eine logische Bedeutung, den der päpstliche Täufer an die zu taufende Person richtet, wenn dessen Nase und Ohren mit dem Speichel bestrichen werden. Ein Ausspruch, der andernfalls überhaupt keine Bedeutung hätte. Zitat, F. Veta, mögest Du Dich auftun zu einem lieblichen Geruch. Ende Zitat. Während dies die ursprüngliche Wahrheit war, die sich hinter dem Speichel verbarg, stand doch der ganze Geist des Heidentums so feindlich gegenüber dem Wesen der Religion der Patriarchen. Er zielte in Wirklichkeit darauf ab, sie unwirksam zu machen und den Menschen völlig davon abzubringen, während er vorgab, ihr zu huldigen, dass unter den Menschen im Allgemeinen die magische Verwendung des Speichels zum Symbol des derbsten Aberglaubens wurde. Ja, alleine schon die magische Verwendung, ne? Das ist ja wohl niemals durch Gott gut geheißen. Theokritus zeigte, mit welch erniedrigenden Riten er in Sizilien und Griechenland verbunden war. Und Persius gibt das Volk Roms seiner Tage dem Spottpreis, weil sie sich auf ihn verließen, um die Wirkung des bösen Blicks zunichte zu machen. Zitat Während wir bisher davon sprachen, inwiefern die päpstliche Taufe nur eine Nachahmung der Chaldeischen ist, muss noch ein anderer Aspekt in Betracht gezogen werden, der die Beweisführung vervollständigt. Dieser Aspekt ist in folgendem ungeheuren Fluch enthalten, der einem Mann entgegengeschleudert wurde, der sich des unverzeihlichen Vergehens schuldig gemacht hatte, die Kirche Roms zu verlassen und schwere und gewichtige Gründe veröffentlichte, warum er dies tat. Zitat Der Vater, der den Menschen erschuf, verfluche ihn. Der Sohn, der für uns litt, verfluche ihn. Der Heilige Geist, der für uns in der Taufe litt, verfluche ihn. Ende Zitat Ich will hiermit nicht zeigen, wie absolut und total ein derartiger Fluch dem ganzen Geist des Evangeliums entgegensteht. Worauf ich aber die Aufmerksamkeit lenken möchte, ist die verblüffende Aussage, dass der Heilige Geist für uns in der Taufe litt. Wo in der gesamten Heiligen Schrift könnte man auch nur andeutungsweise eine Rechtfertigung für eine derartige Behauptung finden? Doch überdenkt man noch einmal die babylonische Sichtweise von der Person des Heiligen Geistes, so wird die Fülle der Gotteslästerung offenbar, die in dieser Ausdrucksweise enthalten ist. Nach kaldäischer Lehre wurde Seremann Semiramis, die Frau des Ninus oder Nimrod, nachdem sie unter der Bezeichnung Himmelskönigin zur Gottheit erhoben wurde, als Juno die Taube angebetet, da sprachen wir ja schon von, mit anderen Worten die Verkörperung des Heiligen Geistes, das hatten wir ja alles schon besprochen in den anderen Kapiteln. Als ihr Gatte aufgrund seines gotteslästerlichen Aufruhrs gegen die Majestät des Himmels getötet wurde, war dies auch für sie eine Zeit der Verfolgung. Die Bruchstücke alter Geschichte, die uns überliefert sind, berichten von ihrer Angst und ihrer Flucht, durch die sie sich selbst von ihren Feinden in Sicherheit zu bringen versuchte. In den Erzählungen der Mythologie wurde diese Flucht mystisch in Übereinstimmung mit dem dargestellt, was man ihrem Mann zuschrieb. Die hellen Sänger schilderten, wie Bacchus von seinen Feinden überwunden in den Tiefen des Ozeans Zuflucht nahm, wie wir in Abbildung 36 hier sehen wollen, die Miss Q in das Video hier einblendet. So zum Beispiel sagt Homer, Zitat, Übel gelaunt trieb Lycurgus, während Bacchus blind wütete, seine zitternden Scharen verwirrt über die großen Ebenen von Nusa. Hastig warfen sie ihre heiligen Geräte nieder und flohen angsterfüllt in alle Richtungen. Bacchus sah Rotte über Rotte und stürzte sich der wilden Bestürzung ergeben in die Tiefe. Hier wurde er vor dem grässlichen Ereignis schaudernd von Thetis in die Arme genommen. Ende Zitat. Wir sahen bereits, dass Osiris, der als Noah identifiziert wurde, angeblich in das Wasser eintauchte, nachdem er von seinem großen Feind Typhon, dem Bösen, überwunden worden war. Die Dichter schrieben, dass Semiramis sein Elend teilte und ebenfalls auf diese Weise Sicherheit suchte. Unter dem Namen Astarte soll sie aus dem wundersamen Ei hervorgekommen sein, das lasen wir ja in der Ostervorlesung, das auf dem Wasser des Euphrates schwamm. Manilius verrät uns in Astronomical Poetics, was sie veranlasste, Zuflucht in diesem Gewässer zu suchen. Zitat. Venus tauchte in das babylonische Gewässer, schreibt er, um der Wut des schlangenfüßigen Typhon zu entgehen. Ende Zitat. Wenn Venus, Urania oder Dione, die himmlische Taube, sich in tiefem Elend in dieses Gewässer Babylons stürzte, so ist zu beachten, was dies gemäß der chaldäischen Lehre versinnbildete. Es bedeutet nichts anderes, als dass sich der fleischgewordene Heilige Geist in tiefem Leid in dieses Gewässer begab, und zwar damit dieses Gewässer dafür geeignet wird, den Anbetern der chaldäischen Madonna durch die Taufe neues Leben und die Wiedergeburt zu verleihen. Nicht nur durch den vorübergehenden Aufenthalt des Messias darin, sondern durch die ihm hierdurch verliehene Wirksamkeit des Geistes. Es ist nachgewiesen, dass die reinigende Eigenschaft des Wassers, das im heidnischen Denken sehr wirksam zur Reinigung von Schuld und zur Erneuerung der Seele war, teilweise daher kam, dass der Vermittlergott, der Sonnen- und Feuergott, während seiner Erniedrigung in diese Gewässer tauchte und sich darin aufhielt und dass das Papsttum heute diesen Brauch, diese Tradition beibehält, der durch diesen Glauben aufgekommen war. Was das Heidentum angeht, sprechen folgende Auszüge von Potter und Atheneos deutlich genug. Jeder, so schreibt Potter, der zu den feierlichen Opfern, also den Griechen, der Griechen kam, wurde durch Wasser gereinigt. Zu diesem Zweck war im Allgemeinen am Eingang jeden Tempels ein Gefäß mit heiligem Wasser angebracht. Ende Zitat Wie kam dieses Wasser bitte schön zu seiner Heiligkeit? Atheneos schreibt, Zitat Dieses Wasser wurde geweiht, indem man eine brennende Fackel vom Altar hineinlegte. Ende Zitat Die brennende Fackel war das ausdrückliche Symbol des Feuergottes. Und unter dem Gesichtspunkt dieser Fackel, die so unerlässlich für das Weilen des heiligen Wassers war, können wir leicht feststellen, woher die reinigende Wirkung von dem Wasser, dessen lauten, tosenden Meeres, zum großen Teil kommt, das angeblich so wirksam war, um die Schuld und Befleckung der Sünde abzuwaschen. Aber bevor ich jetzt weitergehe, war eben eine kleine Bemerkung. Eine Feuerfackel wird in das Wasser eingetaucht, um den Feuergott zu symbolisieren. Da weiche ich doch mal eben gedanklich ab Richtung Prometheus, der Lichtbringer, Luzifer, Satan, der das Wasser heiligt, bitte schön. Ist doch ein leicht nachzuvollziehender Gedanke sicher. In einem bekannten Abschnitt sagt Eurypides, Zitat, Alle menschlichen Übel werden durch das Meer abgewaschen. Ja, so sagen sie das da. Nun, die gleiche Methode wird in der römischen Kirche verwendet, um das Tauwasser zu weihen. Das arglose Zeugnis von Bischof Hay lässt darüber keinen Zweifel bestehen. Zitat, Es, also das im Taufstein aufbewahrte Wasser, wird am Vorabend von Pfingsten gesegnet, denn der Heilige Geist ist derjenige, der dem Taufwasser die Kraft und die Wirksamkeit gibt, unsere Seelen zu heiligen. Und die Taufe Christi geschieht mit heiligem Geist und Feuer. Wie wir in Matthäus Kapitel 3 Vers 11 lesen können, Zitat, Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht gut genug bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch im heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ende Zitat. Bei der Segnung des Wassers wird eine angezündete Fackel in den Taufstein gelegt. Endet die Aussage von Bischof Hay hier. Es wird hier offenbar, dass das erneuernde Taufwasser Roms in der gleichen Weise geweiht wird, wie das erneuernde und reinigende Wasser der Heiden. Was nützt es dann noch, wenn Bischof Hay sagt, in der Absicht, Aberglauben zu heiligen und Abfall annehmbar zu machen, dass dies getan wird, um, Zitat, Um das Feuer der göttlichen Liebe darzustellen, die der Seele durch die Taufe mitgeteilt wird, sowie das Licht des guten Vorbildes, welches alle abgeben sollten, die getauft sind. Ende Zitat. Dadurch hat man der Sache ein schönes Mäntelchen umgehängt, aber die Tatsache bleibt bestehen. Ein schönes Mäntelchen umgehängt. Kommt euch das so vor, als ob ich das schon mal gesagt hätte? Rom, das sich den Mantel des Christentums umhängt, um darunter seine politischen Ambitionen zu verbergen, weil Rom schon immer eine politische Kraft war, die sich verbirgt unter dem Spirituellen, um euch die zivile Kraft, die temporalen Gesetze, die sakulären Gesetze dieser Welt aufzuzwingen. Dadurch hat man der Sache ein schönes Mäntelchen umgehängt, aber die Tatsache bleibt bestehen. Während die römische Lehre über die Taufe rein heidnisch ist, wird einer der wichtigsten Riten der alten Feueranbetung bei den Zeremonien der päpstlichen Taufe heute noch genauso praktiziert, wie damals von den Anbetern des Bacchus, des babylonischen Messias. Da die römische Kirche die Erinnerung an den Feuergott aufrechterhält, der in das Wasser tauchte und ihm die Wirkung verlieh, gedenkt sie ebenfalls der Rolle, die die babylonische Göttin bei den Heiden spielte, als sie sich in die Gewässer stürzte, wenn sie sagt, der Heilige Geist leide für uns in der Taufe. Der Schmerz Nimrods bzw. Bacchus im Wasser war ein verdienstvoller Schmerz. Ebenso auch der Schmerz seiner Frau, in der der Heilige Geist wundersam wohnte. Die Schmerzen der Madonna, als sie auf der Flucht vor Typhons Wut in diesen Gewässern war, waren die Geburtswehen, durch welche Kinder für Gott geboren wurden. Nicht für den Gott der Bibel, ne? Und so kommt es, dass selbst im fernen Westen, Calchivitiklü, die mexikanische Göttin des Wassers und Mutter aller Wiedergeborenen, das Neugeborene von der Erbsünde reinigen und es, Zitat, es von Neuem in die Welt bringen soll. Ende Zitat. Der Heilige Geist wurde in Babylon abgöttisch in der Gestalt einer Taube verehrt. In der gleichen Gestalt und mit der gleichen abgöttischen Verehrung wird der Heilige Geist in Rom angebetet. Wenn wir also im Widerspruch zu jeglichem Grundsatz der Heiligen Schrift lesen, dass der Heilige Geist für uns in der Taufe litt, ist nun sicher offenkundig, wer dieser Heilige Geist ist, der hier wirklich gemeint ist. Es ist niemand anders als Semiramis, die Verkörperung von Lust und jeglicher Unreinheit. Die Königin des Himmels. Das ist der Heilige Geist, mit dem sich die römisch-katholische Kirche durch das Taufzeremonium identifizieren lässt. So, das war jetzt eine etwas kleinere Lesung, noch mal keine 20 Minuten, aber es wäre mir mit 80 Minuten im ersten Video zu lang geworden. Von daher mal kurz ein entspannter kleiner Teil, um die Wiedergeburt durch die Taufe babylonisch zu erklären und darauf hinzuweisen, dass das nichts damit zu tun hat, wie man in der Bibel getauft wird. Wie ich ja am Anfang der Lesung bereits angeholt hatte, die biblische Wassertaufe, durch die wir als neugeborene Christen gehen, ist eine Bestätigung und ein Siegel dessen, dass wir bereits den Glauben als Geschenk von Gott angenommen haben und in diesem Glauben wiedergeboren sind und nicht wiedergeboren werden durch das Eintauchen und in Wasser und schon gar nicht durch das Besprenkeln mit Wasser und schon gar nicht Kinder, Kleinkinder, die noch überhaupt keine Ahnung davon haben, was Gott ist und was das Evangelium ist. Wenn man die Kinder tauft, das ist pur unbiblisch. Wie alles, was die römisch-katholische Kirche macht, muss ich halt nochmal eben darauf hinweisen. Also, nach diesem kurzen 20-minütigen Video melde ich mich ab. Jogler 66, Hour of the Truth sagt Danke fürs Zuhören, Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir in Abschnitt 2 Rechtfertigung durch Werke in Von Babylon nach Rom von Alexander Hislops monumentalem Werk von 1857 weiterlesen. Bis dahin, Möge Gott euch beschützen und behüten auf all euren Wegen, Gott segne euch und Jogler 66 meldet sich ab und sagt Tschüss. und Jogler 67